Yo Leute, was geht? Mein Name ist Flash und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Viele haben sich mal wieder eine Runde CoolSkill gewünscht und deswegen bringe ich das Ganze heute mit Challenges. Aber vorab, wenn ihr mehr CoolSkill sehen wollt, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben und schreibt mir unter dem Hashtag CoolSkill Challenges ein paar Challenges in die Kommentare, die ich dann in den nächsten Videos verwenden kann und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Video. Yo Leute, da sind wir auch schon in der ersten Runde und wir starten mit der Die Armen Challenge. Das bedeutet einfach, ich darf halt Goldrüstung und Holzschwert und halt Secondaries. Ich weiß, es gibt halt noch die Holzachse, die noch ein bisschen schlechter ist, aber ja, die kriegst du halt selten später im Deathmatch und wenn du die halt nicht hast, dann bist du halt gearscht und die Do-Ability ist halt auch sehr schlecht. Von daher lässt sich das sehr, sehr schlecht machen. Trotzdem ist die Challenge sehr anspruchsvoll und ich werde euch einfach mal, denke ich, mal das Beste rausschneiden oder so, denn ich habe gestern einfach drei Stunden lang diese Challenge aufgenommen und das Problem war einfach, ich habe das am Stück aufgenommen und die Aufnahme ist dann einfach gecrasht und ich habe sogar einmal, zweimal hintereinander gewonnen. Also das war echt krass und hat mich natürlich sehr abgefuckt und ich war halt sehr, sehr deprimiert und hatte einfach keine Lust mehr, noch irgendwas aufzunehmen an dem Tag. Und wieso habe ich den Kill gekriegt, lol? Ich hätte gerne den Staff, weil wenn da Pfeile sind... Oh, ein Goldapfel. Das brauche ich sehr dringend. Ich hoffe, ich kriege keine Tryharde, weil das wäre sehr, sehr scheiße. Denn die DM-Arenen bestehen ja nur noch aus diesen Dingen, wo du halt so rumlaufen musst und ja, da ist halt sehr schlecht irgendwas zu reißen und der hat ein Eisenschwert. Ich brauche definitiv mehr Pfeile, da lag was. Scheiße. Ja, er macht mir so viel Damage. Bis zum nächsten Mal. Okay, geschafft. Das war echt reutig, aber wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, Leute, den ganzen Hasen jetzt nochmal auf der Babyroom. Also ich hoffe, wir könnten da auch nochmal was reißen. Das wäre mega sick. Die Frage ist jetzt, darf ich Leute theoretisch jetzt auch mit der Axt töten? Ah, ich habe jetzt eh ein Schwert. Und das werde ich nie im Leben überleben. Hat der Typ einen Lack, ey. Das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Eine Hose, sehr schön. Ey, der Typ hat jetzt echt den Stuff gekriegt. Ja, jetzt, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Ja. 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 Oh mein Gott. Scheiße. Nächste Runde. Okay, Leute. Strike Zone. Ich hoffe, das wird was. Der Spawn ist nicht ganz so optimal, aber wir haben einen Goldapfel. Lol. Und Helm habe ich schon. Oh mein Gott, ist das lecker. Aber ich kann's halt nicht benutzen. Das ist halt echt sehr, sehr scheiße. Und jawohl, komm, komm. Lecker, lecker. Ja, fein. Ja. Ja, 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 ja. Jawohl. Du bist doch ein leckerer Boy. Oh nein, nein, ey, scheiße, Mann. Ey, Mann, ich hab so gut angefangen. Naja, nächste Runde, nochmal Tear Room. Ähm, ich nehm das Ganze jetzt diesmal am Stück auf. Oh, oh, lecker, 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 lecker. Happy, happy. Happy, happy. Nein, nein, happy. Ah, scheiße, da liegt noch was. Alter, hab ich ein Glück. Ey, ich bin so low. Scheiße. Wenn das jetzt... Ich probier mal ne Taktik. Also, wenn das jetzt klappt... Das war's dann auch schon mit der Taktik. Oh, nochmal Spooky Haul. Ähm, die Lobby hat grad ein bisschen gebackt. Okay, nochmal Gold Boots. Wisst ihr was, ich benutze einfach den Free Gift einfach mal nicht. Weil ich ja vorher festgelegt hab, dass ich mit Holstein kämpfe. Deswegen, Alter, es sieht halt so lecker aus, ne? Es ist halt so ein Kribbeln, sag ich jetzt mal. Wenn man halt so geilen Stuff, sag ich jetzt mal, im Moment hat. Aber es halt einfach nicht anziehen darf. Also, das ist echt mega komisch. Ich hoffe... Ja, okay, da liegt auf jeden Fall ne Hose. Ist da... Ne, ist auch noch ne Hose. Okay, Full Gold. Ein Steinschwert. Oh, oh, oh. Ich find so ne Videos allgemein ganz lustig. Okay, Goldapfel, jawoll. Deswegen möchte ich halt meine Coolski-Videos halt besser gestalten, sag ich mal. Weil dieser normale Katz-Teil, Coolski hier und da, Thema ansprechen, ist halt für mich sehr ausgelotscht geworden und macht mir persönlich auch keinen Spaß aufzunehmen. Und, Leute, man merkt mir halt sofort an, wenn ich keinen Spaß an meinen Videos hab. Und dann werden die Videos immer schlechter. Und das wollt ihr, denk ich mal, auch nicht. Okay, den haben wir getötet. Ein Goldapfel ist auf jeden Fall nice. Okay, der hat auch nicht die Yellow von der Egg Stuff. Aber, er hat halt schon sehr viel Besseres. Wir hätten... Ne. Jawoll. Schön. Schön. Ah, fuck. Ja, das letzte TNT hat richtig reingeballert. Ja. Ey, wenn das jetzt echt kla... So, HiRise, das wird definitiv nicht hinhauen. Ich weiß nicht, warum ich in diese Runde gegangen bin. Weil, ja, die Map ist eigentlich voller Ton. Und das schaffen es Leute auf jeden Fall, sich gut zu equipten. Ich hab halt niemals gerechnet, dass der Typ sich vorhin umdreht. Und, ja, dann war ich auch schon. Ja. Oh, jo, Full Iron im Impf, aber kann ich anziehen. Ah, Mann, ist das scheiße. Jawoll. Ja, ja, ja. Jawoll. Und, Leute, guckt euch das an. Ihr wisst gar nicht, wie meine Stats unter dieser Challenge gelitten haben. Ich mein, ich hab das ja gestern 3 Stunden aufgenommen. Und ich war bei einer 5er KD und jetzt bei einer 4er 7er. Aber mich jucken die Stats eh nicht, von daher ist mir das auch relativ egal. Aber voll heftig eigentlich. Oh, okay, das wird auf jeden Fall schwerer. Ah, ich brauch den gern, weil das ist ein Tryharder, hab ich das Gefühl. Sagt seinen Namen auch schon aus. Ja, 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 ja. Ey. Okay, dann geht der auch noch auf mich. Scheiße, Mann. Der Typ ist low. Und wenn ich den kriege, kriege ich vielleicht den anderen auch. Vorausgesetzt, der andere kriegt nicht den Stuff. Jawoll. 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 Und er hat den Stuff nicht gekriegt. Das war die Hauptsache. Och, Mann, ich fühl mich jetzt so scheiße. Ich hab so geilen Stuff im Moment haben. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mehr Kurski allgemein wollt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir weitere Challenges unter den Hashtag Kurski Challenges in die Kommentare. Ich freu mich auf eure Resonanz und ich wünsch euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein.